Herzlich willkommen zum Thema Was ist eine Funktion? Du solltest dir bereits das Intro-Video und das Basic-Video angesehen haben. Im Intro hast du den Zuordnungscharakter einer Funktion kennengelernt. Auch die Begriffe Definitionsmenge und Wertemenge kennst du bereits. Im Basic hast du die Begriffe Abhängige und Unabhängige Variablen kennengelernt. Du hast mit einer Funktion in Gleichungsform gearbeitet, dabei eine Wertetabelle erstellt und den Graphen einer Funktion gezeichnet. Falls du dir in ein paar Punkten noch unsicher bist, sieh dir bitte die Videos erneut an. Im Mastery kannst du dich beweisen. Keine Sorge, ich stehe dir zur Seite. Es gibt eine ganze Menge von Funktionen und jede sieht anders aus. Es gibt Geraden, Kurven, Wellen und noch viele mehr. Jetzt beschäftigen wir uns nur mit geraden Funktionen. Du hast bereits gelernt, wie man zu einer Funktionsgleichung den Funktionsgraf zeichnet. Kannst du auch zu gegebenen Funktionsgrafen die richtige Gleichung finden? Zwei der fünf Gleichungen sind falsch. Notiere dir zu den Graphen A, B und C die passende Nummer der Gleichung. Pausiere jetzt das Video und fahre fort, wenn du fertig bist. Also vergleichen wir. Der erste Graph A zeigte die Funktion mit der Nummer 1. Der zweite Graph B gehört zu der Funktion mit der Nummer 5. Der letzte Graph C zeigte die Funktion mit der Nummer 4. Die Gleichungen mit der Nummern 3 und 2 sind falsch. Hast du alle richtig? Super, gratuliere! Falls du nicht alle richtig zugeordnet hast, kein Problem. Ich verrate dir ein paar Tipps. Sehen wir uns den ersten Graphen gemeinsam an. Dieser schneidet die y-Achse bei dem Wert y ist gleich 2. Das heißt, wir lesen den ersten Punkt des Graphen ab, P1 mit 0 und 2. Gehen wir entlang des Graphen einen Schritt nach rechts, so steigt der Graph und wir lesen den zweiten Punkt, P2, mit 1 und 3 ab. Unsere gesuchte Funktion, welche den Graphen beschreibt, hat also an der Stelle x gleich 0 den Wert 2 und an der Stelle x gleich 1 den Wert 3. Nun setzen wir die x-Werte der gefundenen Punkte in eine der gegebenen Funktionen ein und rechnen die Funktionswerte aus. Wenn wir das gemacht haben, überprüfen wir, ob die x- und y-Werte mit den Punkten des Graphen übereinstimmen. Für die Funktion mit der Nummer 1 stimmen die Werte überein. Also haben wir die richtige Funktion gefunden. Passt! Funktionen, welche mit einer geraden Linie gezeichnet werden, heißen auch lineare Funktionen. Für diese Funktionen reicht es aus, wenn wir zwei Punkte überprüfen. Für den zweiten Graphen kannst du die Tipps genauso anwenden. Der Graph schneidet die y-Achse an der Stelle y ist gleich 1, also lesen wir unseren ersten Punkt ab mit 0 und 1. Gehen wir entlang des Graphen wieder einen Schritt nach rechts, so fällt der Graph und wir lesen den zweiten Punkt ab mit 1 und 0. Der zweite Punkt liegt also auf der x-Achse. Die gesuchte Funktion hat also an der Stelle x gleich 0 den Wert 1 und an der Stelle x gleich 1 den Wert 0. Nun nehmen wir wieder die x-Werte der Punkte, setzen sie in Funktionen ein und überprüfen die Werte. Für die Funktion mit der Nummer 5 stimmen die Werte mit den Punkten überein. Wir haben also die richtige Funktion gefunden. Passt! Auch für den dritten Graphen kannst du die Tipps anwenden. Dieser Graph sieht etwas anders aus als die vorherigen. Der Graph schneidet die y-Achse an der Stelle y gleich 2, also lesen wir den ersten Punkt ab mit 0 und 2. Gehen wir entlang des Graphen einen Schritt nach rechts, so bleibt der y-Wert gleich. Wir lesen also den zweiten Punkt mit 1 und 2 ab. Wir sehen auch, egal welchen Wert x hat, der y-Wert bleibt immer bei 2. Diese Funktionsgleichung ist besonders einfach. Die gesuchte Funktion ist die Nummer 4. Darin kommt kein x vor. Egal welchen x-Wert wir einsetzen, der Funktionswert bleibt immer bei 2. Diese Art von linearer Funktion heißt auch konstante Funktion. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Aufgabe für dich. Gegeben ist diese Funktionsgleichung von f. Sie muss im ersten Schritt noch vereinfacht werden. Du kannst schon mit Gleichungen umgehen, stimmt's? Falls nicht, sieh dir bitte noch den Lernzyklus zum Thema Gleichungen an. Stoppe jetzt das Video und vereinfache die Funktionsgleichung. Ich habe die Funktionsgleichung auch vereinfacht. Kommst du auf dasselbe Ergebnis? Super. Falls nicht, schreibe dir jetzt die richtige Lösung. f von x ist gleich minus x minus 1 auf. Beim Rechnen kommt die Punktrechnung vor der Strichrechnung. Du musst darauf achten, zuerst 3 mal 5 zu rechnen und dann das Ergebnis 15 zu subtrahieren. Du kannst dir einen Überblick verschaffen, indem du die x und die Zahlen nebeneinander schreibst, so wie ich in der Zeile 2. Im zweiten Schritt möchte ich, dass du eine Wertetabelle für die x, 0, 1, 2 und 3 aus der Definitionsmenge erstellst. Verwende dafür die vereinfachte Funktionsgleichung. Stoppe jetzt wieder das Video und fahre fort, wenn du fertig bist. Also, vergleichen wir. Sieht deine Wertetabelle gleich aus? Super. Wenn nicht, bessere deine Bitte jetzt aus. Im dritten Schritt möchte ich, dass du den Graphen der Funktion zeichnest. Nimm dafür einen Bleistift und ein Geodreieck, so wie du es im Basic bereits gelernt hast. Stoppe jetzt wieder das Video und fahre fort, wenn du fertig bist. Der Graph von f schneidet die y-Achse an der Stelle minus 1 und geht von links oben nach rechts unten. Sieht deine Zeichnung ähnlich aus? Gut gemacht. Hier siehst du die gesamte Lösung für die Masteraufgabe. Du hast den Lernzyklus, was ist eine Funktion, damit erfolgreich beendet. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Tschüss.